Ich bin sehr zufrieden, weil der Betrieb ist sehr familiär und man wird gut aufgenommen, man wird gut behandelt und es macht Spaß. Mein Name ist Damien Johnson, ich bin Gerüstbauer im ersten Lehrjahr, mache meine Ausbildung zum Gerüstbauwerker. Jeden Tag was Neues ist schön, es ist eine schöne Aussicht, die Höhen sind cool, die Orte wo wir sind, von Einfamilienhäusern bis zu Kirchen, Burgen, Kinos, Fabriken, ist einfach cool. Ich würde es sehr empfehlen, sich hier zu bewerben, weil es ist ein echt cooler Beruf, es macht Spaß, man kriegt auch gut Geld und es ist einfach cool.